Hier und jetzt spielt mit mir Malvina Schwarzes Schaf, hast du Rolle für mich? Ja Malvina, ja Malvina, aber nur für dich Etwas für die Mama, etwas für den Papa Und etwas für das kleine Baby, dein Schwesterlein Schwarzes Schaf, hast du Rolle für mich? Ja Malvina, ja Malvina, aber nur für dich Blaues Schaf, hast du Rolle für mich? Ja Malvina, ja Malvina, aber nur für dich Etwas für die Mama, etwas für den Papa Und etwas für das kleine Baby, dein Schwesterlein Blaues Schaf, hast du Rolle für mich? Ja Malvina, ja Malvina, aber nur für dich Blaues Schaf, hast du Rolle für mich? Ja Malvina, ja Malvina, aber nur für dich Ja Malvina, ja Malvina, aber nur für dich Violettes Schaf, hast du Rolle für mich? Okay... Ja Malvina, ja Malvina, aber nur für dich Ja Malvina, ja Malvina, aber nur für dich Ja Malvina, ja Malvina, ja Malvina, ja Malvina, aber nur für dich Wie noch aber noch für dich. La, 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 la... La, 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 la... Autowaschen, Autowaschen. Keine Autos. Aua, au, was ist denn passiert? Mein schönes Auto ist dreckig. Oh nein, was soll ich denn jetzt nur tun? Gab es nicht da drüben eine Autowäsche? Ja, Peppa, komm, komm. Hab ich ein Glück. Erst aber werde ich meinen Lastwagen aus dem Dreck schieben. Hallo. Mein Lastwagen ist dreckig. Könnt ihr es waschen? Ja. Sehr gut. Oh mein Gott, ist das dreckig. Ihhh. Ich hole mal den Spann. Komm, Peppa, du gehst dich mal ausruhen. Hier und dein Sessel. Oh, ist das schwer. Puh. Oh, mein Schwan. Puh. Hihihi! Hahahaha! Puff! Ach, ist das schön hier. Schönes Buch. Sind Sie endlich fertig? Ich schau mal nach. Vielleicht sind Sie fertig. Du bist wieder sauber. Danke schön. Tschüss. Tschüss, Peppa. Oh, wow. Schau mal. Camping. Wir gehen wandern. Kissen. Decke. Hier, Malvina, dein Rucksack. Das ist meiner. Boah, ist der schwer. Los geht's. Schau mal, Malvina. Eine Wandfeel. Ich grüße euch. Bunte Schmetterlinge. Oh, Mama. Puff, bin ich müde. Ich habe Hunger. Ja, ich auch. Ah, schau mal. Bananen. Da sind Bananen. Ich liebe Bananen. Ich liebe Bananen. So, einmal hoch. Ich schaff das. Ja, ich hab sie. Ich hab sie. Ah. 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 Oh nein, was ist passiert? Aua, mein Arm. Oh nein, ich hab sie. 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 So, nun tut nichts mehr weh. Danke, Malvina. Ich habe die Bananen. Mh, lecker. Mama, es ist ja dunkel. Schlagen wir unser Lager auf. So, fertig. Oh nein, oh nein. Ah, meine Schleude, meine Schleude. Geh weg, geh weg, geh weg. Aua, aua, ah, geh weg, geh weg. Aua, aua, aua. Mama, du brauchst ein Laster. Ja, genau, hier. Oh, der ist schön. Danke, Malvina. Sie ist es hier. Mama. Buh, aua. Au, aua. Oh nein, das ist ein Wolf. Komm schnell ins Zelt. Schnell, 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 verstecken wir uns. Schnell. Mama, ich glaube, der Wolf ist weg. Ja, das glaube ich auch. Lass uns bitte nach Hause gehen. Ist er weg? Ja, er ist weg. Komm. Hä? Komm schnell, Malvina. Hallo, Malvina. Heute ist es deine Aufgabe, diese drei LOL-Puppen zu finden. Malvina möchte nachschauen, ob die erste LOL-Surprise-Puppe sich bei den Go-Karts befindet. Nein, hier haben wir nichts gefunden. Kinder, wer schafft es von euch, Malvinas Kanal innerhalb von drei Sekunden zu abonnieren? Ich zähle. Drei, zwei, eins. Abonniert? Super gemacht. Five little monkeys jumping on the bed. One fellow fan bumped his head. Mother gone, doctor, doctor said. No more jumping on the bed. Wow, so viel Kinderspielzeug. Hier und jetzt, spiel mit mir, Malvina. Oh, da bist du. Oh, ich hab dich. Malvina sucht die LOL-Surprise-Puppen mit dem Traktor. Hallo, Lama. So viel Rehe. Die haben Spaß. Miam, 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 miam. Lecker, danke. Malvina macht sich Sorgen um Flow-Puppen. Lass uns bei den Spielzeugautos nachschauen. Auch nicht. Malvina, da, ich sehe sie. Ich freu mich, dass du mich gefunden hast. Ich hab so Hunger. Warte, ich geb dir dein Fläschchen. Malvina, die nächste LOL-Surprise-Puppe befindet sich bestimmt im Wichteldorf. Ich schaue nach, Mama. Oh, ein Schaf und ein Ferkel. Oh, Riesenameisen. Ich hab da was gehört, Malvina. Ich hab dich gefunden. Oh, du Arme, du hast Hunger. Hier, dein Fläschchen. Puh, bin ich ab. Danke dir, Malvina. Die nächste LOL-Puppe befindet sich im Sessellift. Schau dort mal nach. Wow, so hoch über den Panoramapark. Das wusste ich. Aber keine LOL-Puppe zu sehen. Lass uns bei der Wasserrutsche nachschauen. Malvina hat sich ein grünes Spielzeug-Auto geschnappt. Bibi. Bibi. Komm, Malvina. Lass uns eine Runde rutschen. Springe drauf. Hopp. So, aber hier muss die LOL-Surprise-Puppe bestimmt sein. Im Reich der Libellen. Ich schaue im Häuschen nach. Tada. Ich hab sie gefunden, Mama. Malvina, ich freu mich, dich zu sehen. Lass uns schnell nach Hause fallen. Hinterlass mir einen Kommentar, Kommentar, Kommentar und ein Like. Dam, 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 dam. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Nicht vergessen. Tralala. Tralala.